Was bisher in Wagner und Zimmers geschah. Vassilius wurde auf Eriks Wunsch auch von einem unbekannten Zauberer auf Babygröße geschrumpft. Daraufhin wurde er an den Zirkus verkauft. Doch Vassilius kehrt zurück. Was passiert nun? Die Fortsetzung von Hut ab. Do it yourself! Das ist ja noch relativ, das Geschäft gewesen. Ja, war es auch fair. 44 Minuten, pure Comedy! Es wird Verrückt Schnell Ähm, weiblich? Jetzt gehst du ins Zimmer vom Dienstmädchen und ziehst dir die Klamotten an. Nie im Leben, mach ich. Jetzt macht er's schon. Haben sie etwa Emma Watson erwartet? Und eng. Mach doch ein bisschen mehr Platz. Erik! Wenn du doch etwas mehr Platz machen könntest. Was? Nass wird's auch noch? Aber eine ganz schöne Menge hier in diesem Trailer. Und jetzt... Musikalisch? 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 Das ist lustig. Und natürlich auch lustig und komisch. Er hat nichts dagegen. Wagner und Zümers neuestes Projekt. Do it yourself. Halt, halt, halt. Einen Moment. Was? Wie jetzt? Habe ich was vergessen in diesem Trailer? Ja. Ach so, ja, natürlich unsere Kundeninformationen. Ab dem 26. Oktober 2017 findet ihr den kompletten Film nur auf dem YouTube-Channel Neufunk. Der Link wird ab jenen Tag in der Beschreibung unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Film. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.